Ja, kann er ja später retten, also... Oh, Jungs, 1.022, Alter. Stark, Leon, sehr stabil, wichtig, wichtig. Einer. Leon. Jetzt ein Zink droppt einfach gerade. War ja anders los, schön. Noch einer. Da alle tot kommen. Da steht Leiter und... Oh, was ist denn? Licker. Ja, der... Ein, am zu drangehen, nice. Er braucht ein bisschen, den habt ihr. Nice. Jungs? Was? Dieses fliegt sich nicht direkt jemand rein. Ah, Digga, no, Jungs, das ist... Aber Leon, bist du auf so wenig Blöcke. Ja, ich habe alle... Ich habe einen gesplied. Oh, ja, einen. Ich will nämlich so mit. Ich habe 26. Ich habe mal gut rumstall, den anderen. Hey, ich nehme mal so 38 zurück. Ich meine, ja. Stompo. Ich bin da. Ach, komm, Digga. Hallo, Digga. Für unser Base. Wie kommt der? Ist doch alles gut, Digga. Ja, aber ich fühle mich trotzdem, dass sie dir durchläuft. Ich habe ihn da selbst. Okay, Leon hat schon gemacht. Ich habe zwei Shots, das war ein... Ja. Der Bogen hat auch schon zwei Shots. Ähm, soll ich knocken? Warte mal. Ja, der Bad steht jetzt auch. Das ist auch schon zwei Shots. No, ich kann... Einen habe ich tot, einen habe ich tot. Geht rein. Hol den Bogen. Der Bogen. Das war's für heute. was dann wollte das auch hier schön eine tod das richter wie mit hochgekommen gerade hier das klipst du oder? ja ja mach ich was zum kreis besser mein Bett mann muss aus mir raus oder echt? ich höre ah ne wir haben halt kein bohr da runter geht ich bin noch auf 8 wir haben keinen doch er ist wie oder ist der andere TS das andere TS oh ich höre die sind so süß die Fragen nach Bord haben am BRC die ganze Zeit crap schön haben die irgendwas von der vorderen noch gefragt? ja ja aber da wollten die weil die am verlieren schön fixen haben alle down digger hat ein hit vor dir das war ne ach hier rp müssen wir nicht weg rp 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 Vielen Dank.